Die Asylpolitik in der EU besteht in dem Versuch eine einheitliche Asyl- und Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union zu verwirklichen. Die EU-Staaten vertreten dabei sehr unterschiedliche Positionen, was bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise ab 2015 besonders deutlich wurde. Begriff Unter Asyl versteht man das vorübergehende Gewähren von Schutz sowie existenzieller Grundsicherung für politisch Verfolgte, die aufgrund ihrer Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppe oder Meinung flüchten müssen. Nach europäischem Recht wird Asyl des Weiteren auch Personen gewährt, die aufgrund von Bürgerkriegen oder einer anderen Gefahr für ihre körperliche Unversehrtheit vorerst nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. Geschichte der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik Die Wurzeln der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik stammen aus der Zeit der römischen Verträge von 1957. Auch wenn eine Harmonisierung der nationalen Asylpolitiken bzw. eine einheitliche Asylpolitik anfangs nicht vorgesehen war, der Prozess der Entwicklung eines europäischen Binnenmarktes lief einher mit der ansatzweisen Vereinheitlichung der Asylpolitik. Dabei wurden besonders große Fortschritte in den 1980er Jahren durch eine immer enger werdende polizeiliche Zusammenarbeit und letztlich durch das Schengener Abkommen von 1985 sowie durch die Europäische Akte von 1986 erzielt, da die Sicherheitsrisiken, die durch die Öffnung des Binnenmarktes entstanden, nur durch eine einheitlichere Politik kompensiert werden konnten. Der Maastrichter Vertrag 1992 wird als großer Fortschritt in Bezug auf die Asyl- und Flüchtlingspolitik gehandelt, da diese hier erstmals als Angelegenheiten von gemeinsamen Interesse gehandelt werden. Da Entscheidungen in diesem Themenfeld einstimmig getroffen werden mussten, blieb die Entscheidungshoheit aber weiterhin bei den Mitgliedstaaten. Diese mussten sie aber 1997 im Zuge des Amsterdamer Vertrages an die EU abtreten, da die Flüchtlings- und Asylpolitik von der dritten, intergouvernematal ausgerichteten in die supranationale erste Säule transferiert wurden. Kritisch ist jedoch zu vermerken, dass durch die Stay-in-OPT-out-Regelung Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben wurde, die Änderungen nur teilweise oder überhaupt nicht umzusetzen. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts bemühen sich die Mitgliedstaaten noch intensiver um eine Vergemeinschaftung der Asylpolitik, weshalb im Hager-Programm 2004 ein zweistufiger Plan entworfen wurde, diese EU-weit zu harmonisieren. 2001 wurde nach der Kosovo-Krise die Richtlinie 2001-55.EG geschaffen, die einen Mechanismus zum worübergehenden Schutz von Vertriebenen und einen Solidaritätsmechanismus der Mitgliedstaaten für den Fall vorsieht, dass der Europäische Rat per Beschluss einen Massenzustrom feststellt. Diese Richtlinie wurde in nationale Gesetze umgesetzt, so etwa in Deutschland durch 24 Aufenthalte, wurde aber bisher keinmal angewandt. In der ersten Phase der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik, die seit 2006 als abgeschlossen gilt, wurde mit Hilfe von vier Rechtsinstrumenten die Grundlage für eine Vereinheitlichung geschaffen. Die Dublin-Verordnung nach der ein Asylsuchender in dem Mitgliedstaat, den er zuerst betreten hat, seinen Asylantrag stellen muss. Drei Richtlinien, welche die Minimalbedingungen für Asylsysteme in Europa festlegen. Die Asylaufnahmerichtlinie mit der Vorgabe von Mindeststandards in Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern. Die Qualifikationsrichtlinie, die dafür sorgen soll, dass auch denjenigen Flüchtlingen Schutz geboten wird, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention kein Anrecht auf Asyl hätten, aber auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention dennoch nicht in ihr Land zurückgeschickt werden können. Wobei dieser Schutz auf dem völkerrechtlichen Grundsatz des Non-Refoulement basiert, der nach Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention und Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention besagt, dass man Flüchtlinge nicht dorthin abschieben darf, wo ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. Die Asylverfahrensrichtlinie, die Mindestnormen für Asylsuchende aufstellt, beispielsweise eine Verfahrensgarantie. Die zweite Phase sieht als Schwerpunkt besonders eine Lastenteilung innerhalb der EU sowie eine engere Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Eindämmung von Push-Faktoren vor. Die Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie, Richtlinie 2013-32. EU, führt gemeinsame Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes ein. Die Richtlinie 2013-33. EU setzt Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen. Sie ersetzt die Asylaufnahme-Richtlinie 2003-9. EG, wobei diejenigen Bestimmungen der Richtlinie 2003-9. EG, die inhaltlich unverändert geblieben sind, weiterhin umzusetzen sind. Das Ziel eines EU-weiten Asylsystems Nach der Festlegung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer gemeinsamen EU-Asylpolitik im Amsterdamer Vertrag von 1999 beschlossen die europäischen Staats- und Regierungschefs das TAP-A-Programm A im finnischen TAP-A. Dieses sollte die bisherige Asyl- und Flüchtlingspolitik durch ein kollektives Asylsystem und durch eine vergemeinschaftete Migrationspolitik untermauern und infolgedessen die EU zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts entwickeln. Dem liegt die Idee zugrunde, einen einheitlichen Schutzraum, in dem alle Flüchtlinge gleich behandelt werden und jeder Mitgliedstaat das gleiche Schutzniveau erfüllt, zu verwirklichen. Konkret bedeutet das, dass jeder Mitgliedstaat nach Abschluss der ersten Phase des Programms rechtliche Mindeststandards, besonders alle Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention und das Prinzip der Nicht-Zurückweisung verankert hat. Mit dem Beschluss des Hager-Programms 2004 wurden diese Richtlinien weitgehend bekräftigt. Jedoch war der Einfluss der Terroranschläge am 11. September 2001 unverkennbar, wie man an den Sicherheitserwägungen in Bezug auf illegale Einwanderer und den Schutz der Außengrenzen der EU sieht. Im Hager-Programm wurde aber auch die Signifikanz der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention unterstrichen. In der zweiten Phase nach Bewertung der Rechtsakte der 1. Phase des Hager-Programms sollten die Schutzstandards EU-weit erhöht und ein sogenannter Lastenausgleich eingeführt werden. Das Grünbuch der EU-Kommission vom 6. Juni 2007 und ihr Strategiepapier vom 17. Juni 2008 verstärkten noch einmal den gesamteuropäischen Ansatz einer gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Kommission verdeutlichte den Willen, den Flüchtlingen ein faires Verfahren in jedem Mitgliedstaat der EU zu garantieren. Dies sollte eine unverhältnismäßige Verteilung in den EU-Ländern und Sekundärbewegungen verhindern. Bis 2012 sollte ein genormtes Asylverfahren und ein einheitlicher Rechtsstatus für Flüchtlinge sowie für Begünstigte des subsidiären Schutzes realisiert werden. Die Nachfolge des Hager-Programms stellt das Stockholmer-Programm für die Jahre 2010 bis 2014. ATA Europäischer Rat Juroser und Frontex Juroser ist ein Grenzüberwachungssystem der Europäischen Union, das seit Dezember 2013 aktiv ist. Die Grenzüberwachungssysteme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollen zusammengeführt werden, um Informationen auszutauschen. Die zwei Hauptziele sind die Verhinderung von grenzüberschreitenden Kriminalitäten und die Flüchtlingshilfe in Sinod. Für die Überwachung ist die Agentur Frontex zuständig, dessen Hauptsitz in Warschau ist. Frontex ist für die Koordinierung von Grenzschutzsystemen zuständig sowie für die sechs Bereiche. Ausbildung von Grenzschutzbeamten Risikoanalyse der Grenzübergänge Technologische Unterstützung Koordinierung von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke Unterstützung bei Abschiebungen Informationsaustausch zwischen den nationalen Grenzpolizeieinheiten EU-ROSUR wurde 2013 von der Europäischen Union eingeführt Frontex wurde bereits 2004 errichtet und ist seit 2005 aktiv Kritik Die Asyl- und Flüchtlingspolitik steht oft seitens zahlreicher Menschenrechtsorganisationen und Institutionen in der Kritik, da sich nicht der Schutz von, sondern der Schutz vor Flüchtlingen im Fokus der Entwicklung befinde. So hat sich der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen mehrfach besorgt über den Umgang europäischer Staaten mit Flüchtlingen und Migranten, geäußert und Konferenzen zu diesem Thema angeregt. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte gemeinsam mit anderen Organisationen im Juli 2009 eine grundlegende Wende der EU-Flüchtlingspolitik. Amnesty International berichtete mehrfach in seiner Zeitschrift Amnesty Journal über die Situation von Flüchtlingen im Mittelmeerraum. Human Rights Watch schließlich veröffentlichte im September 2009 einen Bericht über den Umgang mit Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten in Libyen. Kritisiert wird unter anderem die Politik einzelner Mitgliedstaaten, mittels Verträgen zu Drittstaaten die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zu senken. Diese würden oftmals schon auf See abgefangen und somit ein Antrag auf Asyl unmöglich gemacht. So sank die Zahl der Asylanträge von 1992 bis 2007 um 460.000 auf 220.000. Grund für dieses Verfahren sei die Flüchtlingssituation vor allem in südlichen Mitgliedstaaten wie Italien, Spanien und Griechenland, von der sich besonders Letzteres überfordert fühle. Das Problem der geografischen Lage Ein Großteil der Asylsuchenden unternimmt die Reise über das Mittelmeer werde durch die Dublin-Verordnung weiter verstärkt, da Geflüchtete nur in dem Land Asyl beantragen können, indem sie nachweislich erstmals europäischen Boden betraten und sie nach weiter Reise in andere EU-Mitgliedstaaten auf Grundlage der Verordnung wieder in dieses Land abgeschoben werden dürften. Welche Probleme die Zahl der Flüchtlinge aufwerfe, zeige das Beispiel Griechenland. Die Art, in der dort mit Flüchtlingen umgegangen werde, sowie die Bedingungen, in denen sie leben müssten, seien laut Europäischem Gerichtshof unmenschlich und erniedrigend. Des Weiteren seien die Chancen auf Annahme des Asylantrags gegenüber anderen EU-Staaten ungleich geringer. Oftmals käme es aufgrund der Überlastung, zu keinen fairen Prozessen. Abschiebungen im Zuge der Dublin-Verordnung nach Griechenland werden daher vorübergehend ausgesetzt. Eine größere Solidarität der Nord- und Mitteleuropäischen EU-Mitgliedstaaten wurde von den südlichen EU-Staaten wiederholt gefordert. Die bisherige Harmonisierung der Asylpolitik mit dem Versuch EU-weit eine ähnliche Situation in Bezug auf die Rechte, die Behandlung und die Versorgung von Flüchtlingen zu schaffen, sei somit gescheitert. Die Regierung des Großherzogtums Luxemburg, das von anderen Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Ungarn mehr Anstrengungen in der Flüchtlingsaufnahme fordert, kündigte am 7. September 2015 an, 50 Flüchtlinge aufzunehmen. Reformvorschläge EU-Verteilungsschlüssel Von vielen Seiten wird die politische Forderung eines EU-Verteilungsschlüssels erhoben, welcher die Bevölkerungszahl und die Wirtschaftskraft mit berücksichtigen würde, und die Einbindung in ein EU-weites Verteilungsverfahren für Flüchtlinge, in dem individuelle Faktoren wie die Familienzusammenführung und Sprachkenntnisse mit berücksichtigt würden. In diese Richtung gehen die Vorschläge, welche EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos vorgestellt hat. Weitergehende Vorschläge gehen dahin, Flüchtlingen die Wahl des für ihr Asylverfahren zuständigen Staates selbst zu überlassen und lediglich die finanzielle Verantwortung nach einem geeigneten Schlüssel zwischen den Staaten aufzuteilen. Ein solcher Schritt würde eine zumindest teilweise Abkehr vom Darpliner Übereinkommen bedeuten. Angesichts der Flüchtlingskrise kündigte die EU-Kommission Anfang September 2015 an, innerhalb weniger Tage einen Notfallplan bezüglich der Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea und Afghanistan zu beschließen. Eine Verteilung der Flüchtlinge auf freiwilliger Basis ist durch mehrere Mechanismen möglich. In Betracht kommen etwa eine Umsiedlung innerhalb der EU-Resettlement-Programme zur Steuerung der Einreise aus Drittstaaten sowie nach qualifiziertem Mehrheitsbeschluss des Europäischen Rats eine Aktivierung der Richtlinie 2001-55. e.g. Diese Mechanismen sehen jedoch keine Teilnahmeverpflichtung für die Mitgliedstaaten vor. Schon im Frühjahr schlug die Kommission im Rahmen ihrer Europäischen Agenda für Migration ein Konzept von Erstaufnahme- und Registrierungszentren vor, Hotspots genannt. Sie sollen vor allem in Griechenland und Italien eingerichtet werden. Zweck ist es die ankommenden Flüchtlinge direkt an der EU-Außengrenze zu identifizieren, zu registrieren und ihre Fingerabdrücke abzunehmen. Sie sollen auf einer engen Zusammenarbeit des Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen der EU-Grenzagentur, dem Europäischen Polizeiamt und der EU-Agentur für Justizielle Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort beruhen. Ab diesen Zentren sollen dann die temporären Umverteilungsmechanismen greifen, wie sie die Kommission wiederholt vorgeschlagen hatte. Auf dem EU-Sondergipfel am 23. September 2015 wurde vereinbart, bis Ende November 11 arbeitsfähige Hotspots 6 in Italien, 5 in Griechenland einzurichten. Erste Hotspots waren für die griechischen Inseln Lesbos, Kos und Leros, die unmittelbar vor der türkischen Küste liegen, vorgesehen. Die zentrale Koordinationsstelle soll in Piraeus sein. Ob schon die Vorbereitungen vor Ort seit Juli 2015 laufen, waren bis Ende November erst zwei in Betrieb in Lampedusa und in Lesbos. Angesichts vor Flüchtlingszahlen und vieler Todesopfer bei den Bootsflüchtlingen während der Überquerung des Mittelmeers wird der EU vielfach und Tätigkeit in der Flüchtlingsfrage vorgeworfen. Einerseits wird eine bessere Seenotrettung verlangt, andererseits fordern humanitäre Organisationen sichere, reguläre Wege nach Europa. So schlug der Sprecher von Amnesty International Italien Gianni Ruffini vor, in nordafrikanischen Städten Zentren einzurichten, von denen aus Asyl beantragt werden könne. Vergleichbare Konzepte stehen unter dem Begriffen Asylzentren, Auffanglager oder Aufnahmezentren in Nordafrika bereits in der politischen Diskussion. Ein solcher Ansatz, der vom deutschen Innenminister Thomas de Maizière befürwortet jedoch von den deutschen Parteien Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke kritisiert wird, wurde im Frühjahr 2015 von der EU-Kommission geprüft. Die Entstehung riesiger Flüchtlingslager in Nordafrika wäre die mögliche Folge. Eine Möglichkeit, außerhalb der Staatsgrenzen einen Asylantrag zu stellen, wurde bereits 2004 vom damaligen deutschen Innenminister Deutschlands Otto Schilly vertreten, der den ursprünglich britischen Vorschlag aufgriff. Der Vorschlag wurde damals von der EU-Kommission abgelehnt. Eine derartige Möglichkeit ist von den EU-Staaten bisher auch nicht vorgesehen. Die Schweiz kennt jedoch ein Visum aus humanitären Gründen. Ganz anders werden Kontingentflüchtlinge behandelt. Sie durchlaufen kein Asyl oder anderes Anerkennungsverfahren in Deutschland, sondern erhalten gleich bei der Ankunft eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Im April 2015 erklärte die EU-Kommission, dass sie an einer neuen Migrationsstrategie arbeite, die eine engere Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Staaten vorsehe und beispielsweise eine Ausweitung von Resettlement-Programmen beinhalten könne. Der Sondergipfel der EU am 23. April 2015 orientierte sich an einem zuvor veröffentlichten 10-Punkte-Plan, dessen Punkt 7 beinhaltet ein Pilotprojekt, das weitgehend einem Resettlement-Programm entspricht. Anfang Oktober 2015 wurde bekannt, dass die EU die Errichtung sechs neuer Flüchtlingslager für bis zu zwei Millionen Menschen in der Türkei plant. In der östlichen Ägäis sollen dann von der EU-Grenzschutzagentur Frontex koordinierte griechische und türkische Patrouillen gegen Schleyuser vorgehen und Flüchtlinge in die Türkei zurückführen. Im Gegenzug sollen sich die EU-Staaten verpflichten, einen Teil der Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU-Kommission stellte im April 2015 einen 10-Punkte-Plan als Reaktion auf die Flüchtlingstragödien im Mittelmeer vor. Dieser sieht unter anderem vor, die finanziellen Mittel für die Senutrettung und die Zahl der Schiffe zu erhöhen und Boote von Schleppern zu zerstören. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wies darauf hin, dass Flüchtlinge in Libyen regelmäßig ausgeraubt, gefoltert, entführt und sexuell missbraucht würden. AI verlangte eine bessere Senutrettung und eine verstärkte Aufnahme von Flüchtlingen durch die EU. EU-Außenbeauftragte Federica Mogrini warb am 11. Mai 2015 vor dem UN-Sicherheitsrat für ein robustes Mandat nach Kapitel 7 der UN-Charta zur Zerstörung von Schlepperbooten. Siehe auch, jahrelang wurde erfolglos versucht eine gemeinsame Liste sicherer Herkunftsstaaten zu definieren. Im Jahr 2008 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass der EU-Ministerrat ohne das Europäische Parlament nicht über eine solche Liste entscheiden könne. Er erklärte dabei Art. 29 Abs. 1 und 2 und Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie 2005 und 85. EG aus kompetenzrechtlichen Gründen für nichtig. Im Juli 2015 wurde, gefördert durch die Flüchtlingskrise, das Vorhaben, bei den sicheren Herkunftsländern zu gemeinsamen Einschätzungen zu gelangen, erneut aufgegriffen. Bisher führen zwölf EU-Staaten eine Liste sicherer Herkunftsstaaten. Nach Medienberichten forderten die EU-Staaten nach ihrem EU-Gipfel in Brüssel vom Februar 2016 in ihrer Abschlusserklärung das Regime von Machthaber, Bashar al-Assad und seine Alliierten auf, Angriffe auf moderate Oppositionsgruppen unverzüglich zu beenden. Siehe auch, Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen, Resettlement in der EU, Flüchtlingsströme in die europäischen Staaten, Flüchtlingskrise in Europa 2015.